Dieses Forschungsgespräch, was so eine Stunde dauern wird, soll einfach dazu dienen, dass erst mal das Unternehmen vorgestellt wird, dass der Bewerber, der Kandidat sich ein Bild davon machen kann, was wir machen, wie wir arbeiten, welche verschiedenen Abteilungen es sozusagen gibt. Und es geht auch darum, den Bewerber kennenzulernen. Das heißt, wir reden über den Lebenslauf und auch über die Hintergründe des Lebenslaufes. Warum ist der Lebenslauf so, wie er ist? Was hat sich der Kandidat dabei gedacht? Und vor allem dann auch, wo soll es in Zukunft hingehen? Wenn man das erste Gespräch führt, dann interessiert uns schon, wie es dann auftreten, wie offen tritt er auf. Auch ganz normal, welche Umgangsformen hat er sich angeeignet? Ein ganz wichtiges Kriterium für uns ist die soziale Kompetenz oder der persönliche Eindruck, den wir von dem Bewerber bekommen. Weil es letztlich um die Frage geht, passt das Unternehmen zu dem Bewerber und passt der Bewerber zu uns? Passt er zu dem Team? Passt er zu der Kultur, wie wir arbeiten? Das ist für uns alle immer das wesentliche Kriterium. Also es gibt natürlich so ein paar Standardfragen, die ich stelle, die sich darum drehen. Ja, was sind die Vorstellungen von der Zukunft, von der beruflichen Zukunft eines Kandidaten? Also da sollte der Kandidat wissen, was er möchte. Das ist immer ein ganz wichtiger Punkt, denn darum geht es ja im Grunde. Wir sprechen ja über eine potenzielle Zusammenarbeit und da möchte ich wissen, ob wir zusammen passen. Man muss sich seiner Schwäche bewusst sein. Ganz klarer Punkt. So eine typische Schwäche, was viele Studenten vielleicht ansehen, ist, dass sie sagen, ich habe viel zu lange studiert, mein Studium war viel zu lange. Dann darf man nicht versuchen, die zu verstecken und hoffentlich fragt mich danach keiner und hoffentlich guckt er nicht aufs Datum, sondern man muss eben begründen können, warum das so ist. Da hat man sicherlich einen guten Grund für. Man hat vielleicht besonders interessante Kurse belegt, man hat mehr Kurse belegt, als man machen musste. Man hat ein Auslandssemester gemacht, man hat besonders viel gearbeitet. Vielleicht, weil man auch einfach Geld verdienen musste für das Studium. Das ist ja auch nicht ganz umsonst. Man muss ja auch leben. Und deswegen ist es wichtig, die Begründungen zu liefern. Für die Bewerber als Tipp, man sollte immer auch eine, nicht unbedingt eine Zahl, aber eine Range nennen können, die nicht zu groß ist. Also wenn die Frage nach dem Gehaltswunsch kommt, kann man jetzt natürlich sehr selbstbewusst sagen, diese Zahl bis auf das dritte Nachkomma, dann muss man das auch gut begründen können, warum gerade diese Zahl. Oder man sollte eben sagen, ich stelle mir eine Range vor, von dieser Zahl bis dieser Zahl 5.000 Euro, so eine Range von 5.000 Euro vielleicht. Es ist nicht unbedingt notwendig, dass man in einem Anzug kommt, in einem schwarzen Anzug mit weißem Hemd und Krawatte. Das muss nicht sein. Ich sage mal eine gute gepflegte Jeans und vielleicht ein Hemd dazu ist absolut passend. Also man muss zeigen, wer man ist, auch durch die Kleidung, aber das muss auf jeden Fall gepflegt sein. Also wenn man sagt, ich bin der Supersportliche, sollte man trotzdem nicht in der kurzen Trainingshose kommen, sondern man soll sich immer für den Job kleiden, den man gerne haben möchte. Also ich persönlich bereite mich eigentlich immer ähnlich auf Bewerbungsgespräche vor. Ich überlege mir im Vorfeld mögliche Fragen. Und da habe ich mir quasi so ein Portfolio zusammengesammelt aus allen Bewerbungsgesprächen, die ich eben für Praktiker und Werkstudententätigkeiten hatte. Die Fragen habe ich alle in einem Dokument zusammengeschrieben und beantworte die dann quasi für jedes Vorstellungsgespräch nochmal neu, gucken auch noch, ob die aktuell sind, ob man eventuell noch was hinzufügen muss. Ja, und so hat man eigentlich eine ganz gute Vorbereitung, dass man einfach auf die Fragen eine richtige Antwort weiß, weil man die eben im Vorfeld schon mal für sich formuliert hat. Andere Vorstellungsgespräche sind natürlich immer eine gute Vorbereitung. Das heißt, ich habe auch ein paar Vorstellungsgespräche und Vorstellungsrücken gehabt. Dabei habe ich dann im Bewerbungsprozess immer versucht, so zu terminieren, dass diejenigen, die jetzt nicht so prior waren, auf meiner Liste als Unternehmen vorweg waren, quasi als Übungsgespräche. Dass man eben lernt, damit umzugehen. Wenn das alles schon bekannt ist, geht es hinterher einfacher von der Hand. Bis zum nächsten Mal.